Das ist mir einfach zu arg. Ich weiss, ich kann es. Guten Morgen, liebe Leute, hoch über Ilhus, naja hoch, das sind 250 Kilometer, da unten habe ich die letzte Nacht gebracht, tief geschlafen, weil ich doch gestern an meine Grenzen gekommen bin. Das war arg für mich, muss ich sagen. Alleine bin ich dann auch immer ein bisschen skeptisch, weil auf dem Vol de Saint-Jean, das waren 35 Kilometer, glaube ich, eine Stunde oder ein bisschen mehr war ich da unterwegs, keiner ist mir begegnet. Ein Wanderer auf der Passhöhe. Wenn ich mich da hinlege, da habe ich jeweils ein bisschen meine Bedenken, da bin ich eher vorsichtig. Ich bin jetzt auf dem Weg wieder nach Korte auf dem Z. Teilweise zumindest gehe ich jetzt ab. Hochwater. Und ich schaue heute mal, wie weit ich komme. Also viel habe ich mir nicht vorgenommen. Schauen wir mal, was da so kommt. Das erste Mal ist mir schon passiert, weil ich da doch ziemlich viel Strom sauge an meinen ganzen elektronischen Geräten. Die Batterie war leer heute Morgen. Ich habe mir einer freundlicherweise geholfen. Altverschieden ist eh noch bergrunter. Das hat mir geholfen. Ja, deshalb lasse ich jetzt auch den Motor auf. Total, dass ich gar nicht irgendwie individuiert habe heute. Ich wünsche dir viel Glück. Robert! Young Later nombre vinegebe. Fade aus. Das wäre sinnvoll. Die Aliап palav. Spinnungsgera. Stress. Lground vor. Das wares house. Ich gehe auf. 別. Tschüss. Ich gehe mit Glück. Peakkreis Nom Official. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh Gott, was habe ich mir reingetragen? Was habe ich dir so? Ausgeschrieben. Oh wow, hier möchte ich nicht wieder hoch. So sieht es aus. Das Hinterrad ist mir weg, kurz quergestellt. Ja, das war es dann. Jetzt werde ich die 100 Meter versuchen, irgendwie dann so hinzukriegen. Boah, das wird schwierig. Von drehen hoch geht nicht. Das ist hier. Da ist nochmal richtig heftig. Shit happens. Shit happens. Da rede ich von shit happens. Und hier, wo ich schaue, wo mache ich die Kamera hin, da sehe ich scheisse. Das war's. Das war's. Hier ist das. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja. Ja, ich bin gut. Ja. Und hier bin ich. Ja. Ten. Ja. Oh, Jesus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Leute, ich bin total geschafft, da muss ich noch lang und da oben bin ich hergekommen und wie immer sieht es noch nichts aus, aber ich habe jetzt da wohl eine Stunde gebraucht für die 300 Meter die ersten 50 bin ich gefahren, hat es mich hingelegt das Hinterrad ist so weggerutscht, blockiert jetzt habe ich das Motorrad hier runter, geschoben kann man nicht sagen ohne Motor, ohne laufenden Motor habe ich da Kolbenumdrehung für Kolbenumdrehung mit dann Hilfe von zwei Deutschen, die mit dem 4x4 gekommen sind die haben mir die Hälfte des Weges jetzt noch das Gepäck bis hierhin genommen ich bin fix und fertig, das war es wohl für mich mit Ted, das ist mir einfach zu arg ich möchte meine Gesundheit nicht riskieren das ist mir echt zu arg zu zweit, zu dritt vielleicht, aber alleine nicht mehr Guten Morgen, liebe Leute drei, vier, fünf Tage danach da ist einiges passiert ich bin ja da ziemlich zusammengeklappt auf der Boca di Battaglia oder da auf dieser Piste vom Ted das war zu viel der Anstrengung in der prallen Mittagssonne ich hatte beim Sturz oder irgendwie da halt vorher schon eine Wasserflasche verloren hatte dann nur noch wenig Wasser übrig und die ganze Anstrengung da, die Stunde, das Moped da runter zu rollen das hat mich umgehauen und vor allem, als ich dann das Moped nicht mehr anbrachte ich hatte das ja nochmal versucht, irgendwie ein paar Sekunden rollen zu lassen, wo es dann ging aber dann stand ich in der Senke und es ging nicht mehr weiter und dann war ich da noch in dem Funkloch da musste ich erstmal noch zehn Minuten gehen bis ich wieder Empfang hatte und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht in die Schweiz anrufen kann was im Endeffekt mein Glück war ich habe dann, weil ich keinen Pannendienst nichts erreichen konnte, die 112 gewählt weil ich doch schon ziemlich angenockt war, mir war schwindelig ich hätte wohl noch zwei Stunden gehen müssen, bis zum nächsten Dorf zum nächsten Wasser es war mir zu riskant dann habe ich mich überwunden, die 112 Notruf zu wählen da ist mich die Feuerwehr holen gekommen mit einem 4x4 auf dieser Piste die haben mich zum Pass gebracht da in die Ambulanz umgeladen und dann ins Spital nach Galvi gebracht dort habe ich dann zwei, drei Stunden am Tropf gehangen Elektrolyt aufgefüllt die ganzen Flüssigkeiten, die ich da verloren hatte konnte er gegen Abend dann das Spital wieder verlassen und habe dann aber drei Tage gewartet also zwei Tage lang hat er die Versicherung nichts zustande gebracht da das Moped irgendwie vom Berg runter zu holen und dann haben wir das selber organisiert und das dann vorgestern runter geholt gestern nach Bastia gebracht ganz kleine Auswirkung da war eine Schraube locker vom Kabel das zum Starter führt ja, ich zeige euch das mal auf dem Bild das ist diese Markierung der Mechaniker hat das kurz angezogen und gut war wieder jetzt sitze ich also wieder auf dem Motorrad fahre da eine wunderbare Strasse hoch Richtung Murato Canavaccia eine sehr hübsche Strasse wie wir gleich sehen werden mal schauen, was heute noch kommt eventuell fahre ich dann noch weiter von Korte Richtung Süden und da habe ich mir schon ein paar Pisten rausgesucht die sollten dann aber nicht ganz so arg sein jedenfalls jetzt mal hoch in die Berge und ich hoffe, es bleibt trocken es ist ein bisschen Regen angesagt wie immer bei mir viel Spass und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ach, ist das eine schöne Piste Wunderbar! Was heisst Piste? Strasse! Ach, da kommen die Gefühle ja wieder zurück die Guten! Wunderschön! Yes! Wunderschön! Yes! Wunderschön! Yes! Wunderschön! Yes! 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 Now jest Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin jetzt von Corte Richtung Gisoni gefahren. Zweige vor Gisoni jetzt links wieder ab. Das ist alles TET, bisher aber befestigt. Das ist eine breite Straße. Und jetzt wird es mal wieder unbefestigt. Und ich muss offen gestehen, nach den ganzen Vorkommnissen bin ich ein bisschen nervös. Ich werde es versuchen nicht zu übertreiben. Mein Selbstvertrauen ist im Moment nicht sehr groß, was Hoffroad anbelangt. So Geschichten wie da über Ildarus möchte ich eigentlich nicht fahren. Das ist mir echt zu krass. Da habe ich keinen Spaß. Ja, jetzt schaue ich mal, wie weit das so geht. Ich werde bestimmt noch die eine oder andere Piste fahren, die nicht TET ist. Ich hoffe, das sieht dann genauso aus wie hier. So, ja, Waldstraßenrufe. Aber macht mir Spaß. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was mich beruhigt, ist, dass mein TomTom hier mitmacht. Das ist für mich eigentlich das, ja, sage ich jetzt offen, das Kriterium. Wenn TomTom den Weg kennt, da ist der im Normalfall fahrbar. So, da unten ist das Simmang Gisoni. Ich denke mal, das war jetzt wahrscheinlich der einfachere Teil der Strecke, weil es da zu diesem Sendemast, Strommast ging. Gaule de la Croix heißt das hier. Bei all diesen Kreuzen hier muss ich doch Beistand von oben haben. Eher auf der weichen Seite hier der Boden. Sehr los ist der Untergrund. Und ich bin jetzt da sehr, sehr vorsichtig. Wow, wow, wow. Okay. Sehr steil hier und sandig. Die Äkeren. Jetzt kommt noch ein bisschen geredet dazu. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Da sind ein paar dumme Steine drin. Kein Stand mehr. Ein einiges Problem. Ja, da stand genau das. Ja, der Fluch der Kurzbeinigen. Boah, das sieht ja super steil aus. Muss ich mir zu Fuß anschauen mal. Was mach ich? Nicht. Ah. Krass, krass, krass. Na ja, wenigstens keine Drogensteine hier drin. Wow, wow, wow. Das ist ja super steil. Ich mach das ohne Motor. Ja. Ja. Scheiße. Ja, das war keine gute Idee. Ah. Ah, ich hab Angst. Wenn es blockiert, kann ich, ich weiß nicht was tun. Da muss ich was lernen. Da sagen wir immer Offroad ohne ABS hinten. Ah, ich weiß nicht, wie das tun, wie das machen. Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Ja, das ist sehr, 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 sehr. Ja, das ist das. Das ist ein bisschen. Oh, mit den Fluchflops, ich glaube nicht. Das macht nicht so schlecht. Das macht nicht so schlecht. Ja, nein, nein, nein. Das ist nicht so schlecht. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin aber, ich bin bloß. Ich bin da hinterher. Ja, das ist gut. Ich habe Angst. Ja, das ist gut. Ich kann mich sehr schnell. Oh, gut. Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Vielleicht können es einige Leute auf drei ... Ja. 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 Okay. Das ist gut. Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Ja. Okay. Ich habe die Rechte zurück. Ich werde das auch noch mal machen. Auf der Seite! Auf der Seite! Okay. Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Ja! auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Okay, we'll see ya, bye, see ya! Wow, I'm so excited! Was ist das? Oh! So froh waren diese Belgier da, so froh. Goldes Ende ist das. Ich höre nicht, ob ich es wagen soll. Das sieht ja jetzt easy aus, ich frage es mal. Die Bilder zum Goldes Ende ist das, zeige ich euch dann im nächsten Teil. Ach, was ist das denn für ein hübsches Sträßchen hier? Und Aussicht auf Propriano, da fahre ich jetzt hin. Ich hoffe, ich kriege da auch noch ein Hotel, ist relativ spät. Es ist 4 Uhr, ja, ja, ganz normal. Aber diese Strasse hier jetzt, das ist echt ein Verknügen, so klein, kurvig, felsig. Mein Ding. Gehen wir nochmal ein Stück Offroad. Da oben stand zwar Sackgasse. Mal gucken, wie weit ich hier komme. Müssen etwa 6 km sein. So, jetzt hört es ein bisschen grober. Ah ja. 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 Ich bin jetzt schon 200 Höhenmeter tiefer aus dem Dorf und es fehlen noch 140 zu mehr, also sehr viel mehr steil, kann das nicht runter gehen, naja es kann ja immer auch wieder hoch gehen. Aber ich wage zu behaupten, dass es das gewesen ist. Ah, zu früh gefreut. Was heißt gefreut? Es wird immer grober, immer wilder. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Und da vorne haben wir Asphalt. Ja, liebe Leute, so gefällt es mir. Da fühle ich mich zu Hause. Das ging jetzt alles blockig, easy. Also easy, ja, genau. Ich sage jetzt mal sowas, das passt bei mir. Und das andere heute Morgen war der erste Teil ja alles gut, aber die steile Abfahrt definitiv too much für mich. So, morgen werde ich wohl mal ein bisschen ausspannen. Nein, das war doch wieder echt echt was anstrengendes heute. Aber ich bin froh, habe ich jetzt nochmal ein paar Offroad-Stückchen, oder die zwei Offroad-Stücke gefahren. Ich weiß, ich kann es. Malone out Terme. Untertitelung des ZDF, 2020